Es ist ein schönes, Es ist ein Zeichen, jedoch für syrische Regime endet sich, glaube ich, gar nichts. Sie werden weiter morden, sie werden weiter die Menschen verfolgen, bombardieren und mit Artillerie beschießen. Sie haben selber in den letzten Tagen gesehen, dass sie keinen Unterschied machen zwischen Zivilisten, Bewaffneten, beziehungsweise Reportern. Die Zeit für die Negöffentlichung ist off. Es ist Zeit für die Militärin. Es ist Zeit für die Militärin.